und willkommen zum neuen part let's play danke von country returns ich hoffe ihr freut euch darauf auf einen brandneuen folgen jetzt werden wir schön zocken hier weiter wir machen nun weiter mit der klippen welt letztens habe 6 1 gemacht und heute machen wir noch mal 6 2 was über lässt man nicht fertig geschafft haben egal dass man heute richtig fertig also das war genau hoffentlich keine fels wir schauen ob wir es gut machen können ja das ist meine aufnahme meine erste aufnahme nach nach meiner schulzeit ich kann eine tolle schulzeit also leute ist echt nice und es macht einfach spaß schulden wir wieder zu machen also manchmal nach also nicht immer aber ist schon so und jetzt habe ich bock mit euch zu sorgen genau mit euch zu sorgen also wir können auch wir haben spaß hier in welt 6 2 also die relativ in total aus ja relativ interessant aus die sache ja sehr gut und es ist eine loren an loren ok gut ja klar ich habe schon gefällt egal was soll es okay es kann nicht so schwer sein es kann nicht so schwer sein aber vielleicht kann es auch nicht so schwer sein wir schauen ob es gar nicht vielleicht bin ich heute mal gut für ein first 2 in den anderen level meine ich natürlich nur hier waren wir letzten drin haben und weiß ich nicht haben wir uns irgendwie haben wir die nicht die bananen angesammelt und weiß es ich glaube ich habe auch hier ein paar werden letztens schon lange her gehabt 45 tag mehr her die das jetzt blöd haben letztens ist egal ich brauch das doofen drecksbrot war sowieso nicht ich hoffe ob das video mal hält weil ich habe letztens soviel scheiße speicherprogramm bekommen ich weiß nicht kann sein dass ich mir probleme haben mit den ganzen aufgenehm ich habe Angst das ist echt scheiße ich hoffe ja nicht ich hoffe echt nicht ich hoffe ich kann ruhe film mich hier nach fünf Minuten oder so abgebrochen bitte nicht weil das heißt und wir machen jetzt hier mal ein bisschen bereich für diese geile lobe genau das go ich habe aufgepasst gerade ja scheiße ich war schon am schiefe drin aber ich weiß nicht ein vier hat mein finger haben sie billig angehört angefühlt bin ich egal die musik auch sehr umhaltlich aber gut ok ja klar ich kann natürlich natürlich ist ja gar im ordnung egal was soll es ok vollkommen alles gut okay ich kann kein film mehr hoffen ich will sie nicht danke schön Das war's. die musik sieht auch so unerkannt ich kenne gar nicht die musik kann mich erinnert an diese komische bescheuze musik ja klar dass das klingt sehr krank okay gut komm mach mal schweinchen mach mal so lange ich kann nur ja danke aber er macht nur so lange bis ich jetzt da die durchstelle viel fällt egal wir machen mal so alles gut genau heute übrigens der 29 august genau für zwei mord haben das game kauft also ist doch zwei mord haben das game kauft ja also ja also ist nicht perfekt aber für zwei mord also ist echt nach schon echt so lange herrn zwei morde der herr sechste jahr kann man nicht sagen die kann man nicht sagen jetzt mal aber auch gut okay so geht es mal bitte okay das mache ich selber ja kranker scheiß aber so kranker scheiß ich kann mich an diesem level kann ich kann mir an diesen double level gar nicht mehr arena deswegen sehr komisch na gut ist okay vollkommen in ordnung das können das leckeres können das mal genau gut hast du toll ersten schultag war sehr nice doch was sind toll dankeschön ach egal was als let's go now so ist man bitte kein feld wäre sehr nett vielen dank wir wissen so schon so krank na und ich vergesse manchmal immer weil ich nicht immer zu drücken ich kann es halt fast immer so drücken aber egal was soll es okay vollkommen in ordnung alles gut so ich hab doch gedrückt man das ist ja doch bezug ich hab aber angedrückt und dann hat es nicht gezählt mir auch mann oh mann ey die musik macht mir auch so ehre ne die musik macht mir so ehre sorry ich kann nicht nichts machen weil ich nicht die flucht gescheuert und anders geht einfach anders die musik an als anderen als andere minecart musik musik was auch immer die mehrzahl von musik ist egal ich bin schlecht ich merke ich bin schlecht na gut ok ich hab doch ich bin gerade so schlecht warum hat dann schaut wo heißt das ein scheiß level aber nur du könnt ok ich weiß schon mal so gemein du können du können so krank so krank aber nur das jahr ist krank so krank schon guckt euch mal an diesen mist an hier sowas von spaßiger ist nicht gerade oh mein gott das war knapp alle das war geil das war eigentlich nice ok jetzt habe ich drauf ich habe ich drauf irgendwie weiß nicht warum habe ich noch drauf da habe ich irgendwie so spät ja egal ich hab jetzt wenigstens checkpoint irgendwie hier sehr gut die musik so irren irren führe die machen diese bis bald so unfreundlich weiß ich nicht ja irgendwie so ein bisschen an rechnen ich irgendwie in oot diesen bald dungeon so ein bisschen irgendwie weiß ich nicht die musik irgendwie so ein bisschen aber gut ich würde sagen das level schaffbar aber am anfang ist schon unfair am anfang ist schon relativ unfair jetzt rass ist nicht so aus wie dachte aber es geht schon geht schon das aber auch echt eine geile sache doch das ist geil was da für ein scheiß was da für ein scheiß das ist das gemein das wusste man nicht da wusste man nicht sorry da muss man nicht ich bin einfach alles komisch hier ich hab einfach ganz normal gesprungen man dücken dücken hoch hüpfen hüpfen sehr gut genau bei video komm gib mal verkörst du mich noch mal ich habe so eine scheißerei so eine scheißerei einfach nur nach egal dann macht was wirst du komisch oder du egal was sollst mach was du bist einfach nur ist okay alles gut so du kann dann schön bei video genau tippt Isso das objective einfach nur topen gelegen auf ein b waarmee bot sich noch anders aus ein ens wo sie außen noch irgendwas behastlich da hast wir so nach wie immer dieses in bei ron da in muruiland oder was auch immer da der garten aus dem loch und das ich wusste jetzt nicht ob da auch noch wer oder auch noch ist gut dann kommt halt dann kommt es halt bis später ist auch okay bei bescheid das loch komme irgendwann spontan einfach dahin okay diese komische sache also diese zähne ja ja die leute ist die leute ist jetzt einfach so also kann man sagen doch jetzt gemein da muss man auch aufpassen dass man nichts falsch mache also ja echt da muss man auch echt höllig aufpassen da ist echt nichts falsch gemacht ich aber ich aber machbar sagen also ich machbar ist nachbar machbar nachbar machbar ist trotzdem fies und scheiß gemein merkt man ja auch alles hier und ich mache hier alles ist halt auch gemein und jetzt habe ich keinen scheiß kack mit dem dom roden wir natürlich ja was muss man machen ich ich glaube da kann man immer rüber springen oder ich weiß nicht ich war halt noch nicht was man damit machen muss mit diesem dom roten ich will gucken wir gucken mal wie es macht wir so machen wir schauen ob wir so machen wie ich jetzt gerade schätze auch egal ist jetzt ist der schlecht aus hier mein ganzer misst also sie auch gemacht haben egal ist okay ist vollkommen in ordnung ist vollkommen in ordnung alles gut ducke dank vielen dank ducke und das wollte kein antigen schrott mehr dankeschön ja was davon scheiß oh mein gott das war gerade unangenehm erzählen oh mein gott oh mein gott das ist ja krank aber das macht spaß das ist geil das das ist echt eine geile sache auf jeden fall das ist aber auch echt neis kann man sagen doch es ist echt neis man muss nur heulig aufpassen das ist sowas von gemein ne also kann man sagen doch krank krank gemein man hat es ja auch gesehen man hat es auch vorbildlich gesehen wie gemein das war ne na gut ist okay alles gut okay jetzt ja was jetzt aufpassen auf die ganzen drecks gegen stelle okay weil bescheid bei bescheid ja klar doofen drecks was wollte die ganze von mir die rast aus einfach nur die rast einfach aus die ganzen so am ende noch mehr noch mehr gefällt mein gott ey knapp ist das einfach gemessen die musik ist so scheiße aber nur um das so scheiße kommen nicht aber ist echt geil echt geil aber auch irgendwie scheiße ich weiß nicht warum aber 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 gut okay das macht mir alles hier zum affen aber gut okay das macht schon spart aber man kann sagen es ist echt schwer und irgendwie so ein bisschen bescheuert aber gut ist halt ein ticken bescheuert egal die ist in ordnung als ordnung du können du können dankeschön bei video genau und das um das diese eier scheiße hier diese eier balanciere scheiße okay mach ich alles gut alles gut alles gut ich bin nur schlecht ich will das ja bei video genau oh mein gott es war mehr als knapp jetzt wird jetzt wird wird jetzt hüpfen jetzt hüpfen jetzt hüpfen jetzt hüpfen jetzt einfach ein bisschen rüpfchen als ich immer will aber gut jetzt geht's alter 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 ihr scheiß drecks nein die scheiß drecks die ja wo warte alter das war ein ultra scheiß schweres level aber es war echt nice nach 16 ja ich bin zufrieden ich bin zufrieden aber der dungeon und der ganze der ganze der ganze mist der hier im level war der war echt sehr komisch aber es auch irgendwie geil war auch schwer und zu wochen mein mauer nach super aber auch egal so dann machen wir jetzt noch 63 in der schwebe spielst du genau darauf bin ich gespannt genau in der schwebe was einfach gemeiner jetzt aber auch gemeine sorry was soll's oh mein gott das ist auch so gemeint aber ja glaub schon das gemeint doch das können wir meinen dann doch natürlich habe ich zwar nach schaff aber trotzdem fies ok jetzt nach oben benutzen diesen doofen gulle hier um nach oben zu kommen genau und dann rechtzeitig nach oben und dann so ok gut nicht schlecht nicht schlecht bei video bin zufrieden ich bin zufrieden ist gut so hier ist ein ohr sehr gut sehr gut sehr gut nahe ist alter ihr doofen fischer aber ich hab's drauf bis jetzt hat bis jetzt tatsächlich drauf soll ich genau so mir relativ glücklich sehr gut bis jetzt echt mal dass das das neues geiles dk fasziniert was jetzt eigentlich recht hier was machen was machen jetzt ach da ist drin ok da war es drin ok da war es drin da war ein kaktus verständlich dafür dankeschön nicht unterfallen hongkong vielen dank vielen dank hongkong vielen dank nein 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 vielen Dank Okay. Oh Gott. Jetzt habe ich den Alter Verwalter. Okay. Es ist eine Abfrüßung gewesen, was ich gerade gemacht habe. Okay, danke. Was ich von, was ich von gemacht habe, war ungefähr eine verschwenderische Zeit. Egal. Für ein Paselteil. Aber ich habe halt keine Paselteile. Egal. Alles gut. Was jetzt. Ich bin gespannt. Es ist echt interessant. Es ist gut. Es ist gut hier. Aber es ist auch echt gemein. So, was jetzt. Okay. Kaputt machen. Okay. Alles kaputt machen, um da rauf zu gehen. Genau dann hier. Mein Gott, ey. Immer muss es ein Zentimeter sein, dass es vom Sieg fühlt, ne? Egal. Ist okay. Vollkommen in Ordnung. Vollkommen in Ordnung. Okay. Ich bin nicht gespannt. Ich bin gespannt. Okay. Es hat nicht so viel gebracht. Okay. Okay. Doch. Ich muss im richtigen Augenblick, oder? Ich glaube schon. Doch. Das ist fies. Aber es ist echt nice irgendwie. Jetzt. Genau. Okay. Das war gemein. Aber war echt nice. Boah. Es war echt eine nice Idee. Kann man sagen. Bei Biu. Das war eine nice Idee. Auf jeden Fall. Das war nice. Und Level ist auch perfekt lang. Die Level ist, glaube ich, perfekt gleich. Gleich ist es, glaube ich, das Finale. Das ist uns erwartet. Okay. Dankeschön. Oh Gott. Ja. Es war einfach. Das war auf jeden Fall einfacher. Letzte. Ähm. Ja. Letzte Level. Auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall auch einfacher. Leute. Ich würde sagen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Zwei Level hat mir auch auf jeden Fall auch. Ja. Aufgereicht heute. Das war es dann mit diesem Part. Und ja. Schönen Tag noch Leute. Und macht's gut Leute. Tschüss. Smash euch auf jeden Fall. Auf jeden Fall. as Chegst